Jetzt eben habe ich mir angesehen, das Gemeinschaftszentrum der Gemeinde Bakonschak hier in Westungarn in unserem HQ. Und da sind ein paar Leute gesessen und ich habe sie längere Zeit nicht mehr gesehen. Wir haben uns gleich wieder erkannt und freudig begrüßt. Und ich meinte, das ist eine Gruppe von älteren Leuten, teilweise über 80, und ich bemerkte, dass das Gefährlichste in dieser Welt ist, das Altwerden. Also umso älter man wird, umso näher kommt man dem Schmerz und dem Tod. Und da haben sie vehement widersprochen und zwar meinten, nein, das Allergefährlichste ist die Einsamkeit. Und das hat man natürlich schon zu denken gegeben, kurz. Wir feiern ja hier jetzt die Einsamkeit, also die Events. Es hat jetzt eine Eventwoche gegeben und jetzt ist Montag. Heute ist hier Einsamkeit. Also unsere Seniorpartner, die treiben sich da am Badedeich herum und ich bin da jetzt ganz alleine. Die Katja ist auf der anderen Seite und ich bin da, ich genieße die Einsamkeit. Erinnert mich an Waldgüner aus meinem Roman. Chai und Baklava, junger, türkischstämmiger Europäer, der das Leben feiert, Eskabaden hat mit jeder Menge Mädchen und junger Frauen. Und irgendwann einmal Party leben und wirklich das Leben ausschöpft, aber dann immer wieder einmal genug hat. Und sich dann zurückzieht auf das Gut seines Onkels Youssef am legendären Großrusbach. Also den Bach gibt es wirklich und das Gut auch und den Onkel Youssef, der Name ist bezeichnend Großrusbach. Und da drinnen sich spirituell recovered, das erfahrt man erst später in dem Roman, die Einsamkeit ist auch eine Chance. Eine Chance, eine ganz große Chance, das Leben dann nach der Einsamkeit wieder auf gesunde Beine zu stellen, um weiterzukommen, sich eben weiterzuentwickeln, zu evolvieren in ein besseres Dasein und besser konnektiert im integralen Sinn halt. Auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Und also ist die Einsamkeit, die erwünschte Einsamkeit ein Segen, die unerwünschte Einsamkeit ein Fluch oder man sollte die unerwünschte Einsamkeit in die gewünschte Einsamkeit umwandeln. Und dazu empfehle ich einmal mehr die wunderbaren Bücher des Lebens auf Amazon aus meiner Feder. Und da findet man Zugang, wie man die Einsamkeit so feiern kann, wie man von ihr profitiert. Denn in Zwei- oder Mehrsamkeit, wie eigentlich der gewöhnliche Mensch immer Gemeinschaft sucht, oft sehr opportunistischer Zugang. Das heißt, man vergisst vieles, was aus Feinden werden wie der Freunde. Nur, dass man nicht alleine ist, was man da alles erträgt und Prinzipien über Bord wirft und eigentlich mit Leuten zusammen ist, die man gar nicht wirklich mag. Nur, weil man die Kunst der Einsamkeit nicht kennt. Und wer die Kunst der Einsamkeit beherrscht, der beherrscht auch die Gesellschaft. Das ist das Interessante. Also, wer mit sich zurechtkommt, der kommt mit allem zurecht. Man ist sich selbst doch die größte Aufgabe und die Kunst der Einsamkeit, um dann wieder hinaus zu gehen ins Leben und am besten jeden Tag irgendwie mit einem neuen Leben nach Hause zu kommen. Und das zeigt uns der Waldgüner, wie das geht. Da hören wir gerade die Hunde des Nachbarns. Die Leute hier geben sich alle gern mit Hunden ab. Viele Hunde, damit sie ja nicht irgendwie ein bisschen in die Einsamkeit kommen, sprich in die Besinnung, damit sie sich selbst nicht begegnen müssen. Und ja, sind sie immer in zweifelhafter Beziehung. Ich habe immer gesagt, besser keine Gemeinschaft als schlechte Gemeinschaft. Gute Gemeinschaft schätze ich sehr, aber genauso schätze ich sehr die gute Einsamkeit. Da könnte man schon wieder eine integrale Formel formulieren, nämlich Einsamkeit plus Mehrsamkeit plus Gesellschaft ist ein Ganzes. Also, man sollte beides pflegen, lieben, so dass sie auch voneinander profitieren können. Einstieg ist Bücher des Lebens. Ich empfehle Chay und Baklava, der liebes Abenteuerroman aus meiner Feder. Es gibt auch ein ganz ein prominentes Kapitel darin, Do not fear, Solitude. Fürchte dich nicht vor der Einsamkeit. Viel Spaß und Inspiration. Einmal mehr George Crow aus unserem HQ hier in West-Ungan.